Spring, die Schweiz. Heimat unserer Qualität. Gegründet 1946 durch die Brüder Arthur und Hermann Spring ziehen sich auch heute die Schweizer Attribute wie ein roter Faden durch die Unternehmensgeschichte und unsere Produkte. So sind Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit für uns nicht nur Worte, sondern gelebte Firmenphilosophie. In den anspruchsvollen Küchen der Welt liegen die Wurzeln unserer Produkte. Ganz im Zeichen höchster Ansprüche und professioneller Qualität. Immer auf der Suche nach dem perfekten Produkt und der besten Lösung. Diesem Credo sind wir immer treu geblieben und werden es auch in Zukunft sein. Angefangen von der fachgerechten Vor- und Zubereitung der Speisen bis hin zur ansprechenden Präsentation vor dem Gast, bietet Spring das passende Konzept. Gemeinsames Essen bringt zusammen und verbindet. Noch schöner wird es, wenn man direkt zusammen kocht. Insbesondere im Winter und zur Weihnachtszeit setzt man sich gerne mit seinen Lieben zusammen und zelebriert das Abendessen als geselliges Miteinander. Ideal geeignet dafür sind Gerichte wie Fondue, da es sich problemlos vorbereiten lässt und die Gäste am Kochen teilnehmen können. Hochwertiges Kochgeschirr und anspruchsvolle Rezepte finden in der heutigen Zeit immer mehr Anklang bei passionierten Hobbyköchen, die auf ein perfektes Kocherlebnis nicht verzichten möchten. Wir von Spring leben diesen Trend mit all unseren Produkten für den privaten und professionellen Gebrauch. Wir sind Spring, Schweizer Gastronomie Qualität, auch für zu Hause.